Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass Barrieren, dass das Biotik gegen Barrieren so ineffektiv ist. Ziehen, boah. Ähm, ich habe hier aber gerade irgendwas noch. Oh, ich bin sehen. Hier. Oh, ich bin sehen. Oh, ich bin sehen. Du warst die Frage, und ich bin noch immer noch die Antwort. Sieht sich, dass du nicht derjenige, der hier zurückgebracht hast, Jack. Ich versuchte, dass das nicht vergessen. Aber ein Ort wie dieser... das nicht vergessen wird. Es folgt dir. Ich versuchte diese Mercs und zurückgebrachte ein paar Jahre lang. Ich versuchte es ein paar Jahre lang. Ich versuchte es ein paar Jahre lang. Ich versuchte, was sie wussten. Ich versuchte es. 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 Ich versuchte es, wo ich belong. Ich muss dich kontrollieren. Scheiße! Geh raus! Geh! Er ist nicht wertvoll, nichts davon ist. Wenn du hier fertig bist, lass uns die Bombe und rauskommen. Diese Zimmer war mein ganzes Kindheit. Gib mir einen Moment, um nachher zu schauen. Geh weiter. Nichts verändert, aber es ist alles anders. Ich dachte, dass das Zimmer da draußen war das Rest des Weltes. Ich schreitze und schreitze. Ich habe nie gut gemacht. Ich habe manchmal gedacht, dass ich zurück in dieser Bede, in der Torturiert bin. Ich schreitze die Schäden um meine Räste, und versuchte sie weg. Ich will hier nicht mehr zurück. Ich habe diese Tafel für alles. Es war wie mein bester Freund. Ich schreitze es um es zu schreien. Wer scheint hier nicht zu sein? Wohl doch. Siehst du die Schrauben hier? Das ist wo ich meinen ersten Mann killte. Einer der Regierer versuchte mich zu stoppen. Insofern habe ich ihn zu stoppen. Okay. Nicht mehr Wolle. Lass uns diesen Ort in die Hölle fliegen. Ich schreitze mich zu spät. Aber ich mache ihn. Ich schreitze mich zu spät und schreitze mich. Ich schreitze mich zu spät. Ich schreitze mich zu spät. Ich frage mich, ob man die Explosion aus dem Orbit heute gesehen hätte sehen können, weil dann hätte man vielleicht warten können, bis das Shuttle aus der Reichweite ist und so. Hauptsache das System heißt einfach Dakar. Wie wir alle wissen, hat man davon nie genug. Schmettern. Handlungsunfähigkeit. Nee, Damage. Das brauchen wir ruhig eher. Ziehen, Subject Zero. So. Ähm, wieso kriege ich hier alles umsonst? Ich habe auch gefragt, dass ich Sie mit ihr zu sprechen. Sie ist bei der Trading Floor. Du sagst, Liara war hier? Was ist sie? Liara ist einer der Nostra-Informationsprokern der Nostra-Informationsprokern. Nostra-Informationsprokern ist auf der Nostra-Informationsprokern. Information ist eine wertvolle Werte, und Liara hat sehr gut gemacht. Wie ich sagte, Sie finden sie bei der Trading Floor. Sie war sehr glücklich zu sehen. Danke. Ich bin der Nostra-Informationsprokern. Ich bin der Nostra-Informationsprokern. Ich bin der Nostra-Informationsprokern. Die Anfragen aus dem Karten, die Samara, besitzt diese Port Shepard. Ihre Vorbeinung, Liara Tassoni, hat mehr Informationen. Sie hat die Trading Floor. Sie können mit ihr sprechen, um die Werte der Nostra-Informationsprokern zu sprechen. Sie können mit ihr, die Assassin, die Dossier, auch. Ich habe eine Nachfrage für Frau Lawson. Lantea hat eine Runde in Eternity gelegt und wird es warten. Danke, Edi. Danke, Edi. Du musst die Asari kredite. Ilium ist ein kulturell marvel. Humanität kann viel lernen aus ihrer Ingenheit. Nein, Sie verstehen nicht! Ich habe es irgendwo bei der... 25. Entschuldigung. Entschuldigung, sind Sie Commander Shepard? Sie sind Commander Shepard? Ich sah Ihre... Ich glaube, Sie würden sagen, Ihre Aura. Ich kenne Sie irgendwo. Ich habe es gefragt, wenn ich Sie sehen. Es ist von einem Freund, die du gemacht hast auf Noveria. Ich bin froh. Was? Was? Ich bin froh. 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 Aber wir wissen, dass Sie die, die die, die die Musik von unseren Müttern haben haben, haben. Ich bin froh. 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 Ich bin froh, Commander Shepard. Ich werde mich nicht wieder sehen. Das war also die richtige Entscheidung. Oh, hi. Shepard? Die News sagte, dass du tot bist. Was ist passiert? Nein. Warte. Wahrscheinlich geklappt. Vergiss mich, was ich gefragt habe. Du musst nur lieben. Es ist ein paar Jahre alt. Ich bin Gianna Parasini, Noveria Internal Affairs. Du hast mir geholfen, den Administrator Analeas zu verhindern. Gern geschehen. Glück, zu helfen. Was ist mit dem Administrator Analeas zu verhindern? Er hat das eine Fehler gemacht, den Noveria nicht zu verhindern. Er wurde verletzt, ihre Geld zu nehmen. Er ist ein paar Jahre in der White Collar Prison. Er ist ein paar Jahre alt. Er wird nicht mehr in der Welt arbeiten. Er wird nicht mehr in der Welt arbeiten. Sitze. Wenn ich mich daran erinnere, ich will dir ein Bier. Was bringt dich zu Ilium? Das kannst du darüber reden? Du hast es gehört, die Collectors? Sie verletzten die Menschen. Ich werde sie verraten. Verdammt, Shepard. Für mich, ein schweres Job betreut ist mehr Paperwork. Ich werde sie verraten. Hey, hör langsam, ich würde mich aner jetzt mal schauen. I muss gehen. Ich erzähle dich später. Ich hab beide vergessen. Und nicht vergessen, duاسkst zu ver Russen. Wenn du dir denad. Wo ist er denn? Biotischer Schaden, Neos-Modul. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wo ist denn jetzt diese eine Asari, mit der ich reden sollte? Und Speed. Ich habe extremelöchrefe high-performance-requirements. Sicher, sicher. Safe, auch. Tired of training employees only to lose them to your competitors? Perhaps Inventutech kann help, a leading provider of cutting out... Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. Ich mache es einfach. Either you pay me, Oder ich flay dich, mit meinem Gehirn. Shepard! Nyxeris, behalte meine Begründungen. Shepard... Meine Begründer sagten, dass du lebend bist, aber ich glaube nie. Es ist sehr gut, dich zu sehen. Du hast Begründer? Ein paar. Begründer, Kontakte. Auch ein kleines Begründer. Ich arbeite als... Informationsprozessin. Es hat die Bälle, seitdem du... well... vor den letzten 2 Jahren... und jetzt bist du zurück... für die Verkaufsgeräte mit Cerberus. Das ist nicht genau öffentliche Wissen. Nichts bist du, dass du lebend bist, Shepard. Information ist jetzt mein Geschäft. Und wenn du brauchst Informationen auf finder Menschen... ich bin froh, zu helfen. Es ist ein Asari named Samara, hier in Ilya. Do you know where I could find her? Samara? Ja. Ja. Sie kamen vor kurzem und registriert mit Tracking Officer Dara. Du kannst Dara finden Dara in der Transportation Hub. Why would Samara have to register with a Tracking Officer? Is she a criminal? No. In fact, she's quite the opposite. Samara is a Justicar, one of an ancient sect of Asari warriors. Dara can tell you more. I'm looking for Thane Krios. He's supposed to be here on Ilya. The Assassin? Yes. He arrived here a few days ago. My sources tell me he may be targeting a corporate executive, Nisana Dantius. He contacted a woman named Serena. Serena has an office in the cargo transfer levels. Perhaps she can tell you where Krios is. That was all just off the top of your head? I'm a very good information broker, Shepard. The world of Intrigue isn't that different from a dig site. Except that the dead bodies still smell. Thanks for the help. That's all I needed to know. Of course. If there's anything else I can help you with, let me know. What about you, Liara? I could use your help on this mission. I can't, Shepard. I'm sorry. I have commitments here. Things I need to take care of. What kind of things do you need to take care of? Are you in trouble? No. No trouble. But it's been a long two years. I had things to do while you were gone. I have debts to repay. Listen. If you want to help, I need someone with hacking expertise. Someone I can trust. If you could disable security at key points around Ilium, You could get me information I need. That would help me a great deal. If it'll help you, I'll take care of it. When you hack one, a server will open somewhere nearby for a short time. You can download data from there, if you hurry. Thank you, Shepard. This may help me pay a great debt. I'll talk to you later, Liara. Are you a quarian or volus who is tired of being passed over for promotions because of discrimination against exo suit wearing employees? These genetic paradigms invite you to consider environmental... Do you have anything flashier? I want something that says, I own this room. The division of Elkaz Combine. I'm gonna have that asshole arrested. Watch yourself if you go in there. Some human is causing trouble. He's demanding that I sign the place over to him. I'll be careful. Or you could kill him. You know, legally. In self-defense. I'd make a really good witness. Failing that, I'm hooking up security cameras now. If he or anybody else causes trouble, I'll have their asses arrested. Okay, we'll see what's going on. Fuck. Are you really holding out on me? I'm a man on the edge. I got nothing to lose. Nein. I'll do anything to get the job done. You want to see how far I'll go? Hello. I learned how to shove a gun in people's faces from... Commander Shepard? Hey. If you know this idiot, can you rein him in before I slap his ass with a singularity? Shepard? Is it really you? It's me. Conrad Werner. We met on the Citadel? I wanted to become a Spectre? Oh, uh, and then you shoved a gun in my face? You showed me what it meant to be truly extreme. I learned that lesson well. So you're alive, huh? I hear it goes like that in the biz. Why don't you sit back and watch how it's done? I got some asses to kick. Conrad. Why are you acting like me? What are you crazy? I'm nothing like you. I'm not a Spectre working for the council. I'm on my own, backed only by my wits and my nerves. No rules, no laws, just whatever it takes to get the job done. I'm not like you at all. So, you just wander the galaxy, righting wrongs? Hey, don't say it like that. I talk to people, you know? Ask them if they have big problems that only I can solve. You'd be surprised how many people are just waiting for someone to talk to them. Sometimes I poke through crates, too. You know, for extra credits. Why were you trying to get the deed to this place? This place is actually a front for a red sand dealer. I need to take it over to crack the ring. What? Who the hell told you that? The owner of that weapons store near the carport. She's an undercover cop. She told me about it when I introduced myself. Listen, crap for brains. First, we don't sell red sand. Second, red sand is legal on Ilium. You just need a license. I'll talk to this undercover cop and figure out what's going on. Thank you. If I kill annoying customers, it usually causes property damage. That comes out of my pay. Just let me know if you need any help, Shepard. Thanks for taking care of that crazy guy. Saves me having to beat him to death with his own spine. That makes the other customers nervous. Anyway, this is Eternity and I'm a Theta, a sorry matriarch and bartender. Get you anything? You're an Asari matriarch? I thought matriarchs served as honored advisors. Right. Which I do here at this bar. I know. Not what you'd expect. But nobody on Thessia wanted to listen to my wise counsel, so here I am. Dad was a Krogan who fought in the Rachni Wars. My mother fought in the Krogan rebellions. I've pretty much seen it all. What's it like living for nearly a thousand years? Violent. Wars break out. Colonies get destroyed. Sometimes you hear good news like that colony on Pharaoh surviving. That's the exception though. You'll find peace in whatever arms will hold you. Turian. Elkor. Hanar. Even had a pure blood daughter. I was the father. Didn't work out. And one day you wake up. Your figure's gotten matriarchal and everyone else is too young to remember how the Krogan's looked inside those suits. Thanks for telling me about that. That's what I'm here for, babe. Got you anything else? Just looking around. Right. Don't eat the nuts and the red balls. They're for Turians and Quarians. You'll get cramps. Good luck talking to the weapons merchant. Remember, she's at the shop by the carport. There children and their founders will make me sick. There's a funny scary bug in general. And I'll sign up for a check it when I get a new. Can I do it?